Resinfor Dekor Epoxidharz Dieses Epoxidharz ist ideal für Kunst, Bastel- und Heimwerkerprojekte. Es handelt sich um ein klares Epoxidharz mit ultra starken Halt, optimierter Viskosität, ohne Blasenbildung und Geruch. Die Aushärtezeit beträgt 12 bis 24 Stunden. Großartig für Ihre Designs und künstlerischen Anforderungen. Ultraklares Harzfinish Unser Epoxidharz wird mit Härte hergestellt und hat ein Mischungsverhältnis von 1 zu 1 und eine Verarbeitungszeit von 45 Minuten. So wie der Härte als auch das Epoxidharz haben extrem gute Fließseigenschaften und sorgen für fließende Übergänge bei Ihren Projekten und hinterlassen keine Verfärbungen oder Abplatzungen. Unser gegossenes Epoxidharz ist Wasser, Kratz und UV beständig und verblasst oder verfärbt sich nicht im Laufe der Zeit, wodurch es ideal für Präzisionsarbeiten wie Schmuck. Küchendekoration, Tische oder Arbeitsplatten geeignet ist. Epoxy Resin von Dr. Crafty Dr. Crafty Epoxy bietet eine erstaunliche Leistung, UV-stabile, transparente Kunststoffschicht, die der Wergelbung standhält. Es ist extrem langlebig und bietet einen hochglänzenden, wasserfesten Schutz für alle Arten von Projekten, einschließlich Holzbearbeitung, Tischplatten, Stangen, Kunstwerken und mehr. Die Bon Epoxy Plast 100 B Universal Resin ist ein niedrig viskoses und hochtransparentes Epoxidharz für ein breites Anwendungsfeld wie zum Beispiel glasartige, farbige künstlerische, dekorative Anwendungen oder Grundierungen, Steinteppiche, Carbon Lemonade, Formen, Aquarien- und Terrariumbau. Epoxy Plast 100 B Universal Resin überzeugt mit seiner guten Klarheit, sehr guten Selbstentlüftung und schnellen Aushärtung. Das Epoxy Plast 100 B Universal Resin wird dort eingesetzt, wo kein hervorragender UV-Schutz benötigt wird. Das Epoxy Tars E45 bietet ein breites Anwendungsspektrum. Unser Universal Epoxy Tars eignet sich ideal für Beschichtungen von Holzoberflächen, Verguss aber auch Versiegelung von Möbeln, Tischplatten und diversen Inneneinrichtungsgegenständen. Auch der Verguss von Elektroschaltungen bzw. Isolation von Elektro-Klemmstellen und Laminieranwendungen im KFZ-Bereich ist damit möglich. Verwenden Sie das Harz ebenso für Modellbau- und Reparaturarbeiten, Versiegelungsarbeiten in Hobby und Handwerk oder Versiegelungsarbeiten im Fußbodenbereich. Es ist besonders anwenderfreundlich und einfach zu verarbeiten. J-Diction Epoxy Tars Ein kristallklares Epoxy Tars mit Premium-Qualität Unser hochwertiges Epoxy Tars in Profi-Qualität ist glatt und trocknet gleichmäßig. Dadurch können Sie Kratzer und Blasen in Ihren Projekten vermeiden. Die hochglänzende Formel härtet ein perfekt kristallklares Finish aus und ist steinhart und ohne Vergilben. Mit der ausgezeichneten Farbstabilität und dem UV-Schutz können Sie Ihre Kunstwerke und Projekte dauerhaft schützen.